30 minütiger Spiel Spaß und weiterhin bei uns und willkommen zurück Let's Play Minecraft ist angesagt warum draußen warum nachts warum keine Monster und Blablabla warum neue Items es geht darum ich habe im letzten Part ein paar Austräger gehabt Weger um akute Lecks und so weiter ich hoffe es hat ein bisschen verbessert indem ich nichts gemacht habe und ein Tag erwartet habe und blablabla und eigentlich lebt es nicht dennoch möchte ich nichts versprechen was sich getan hat ist wir haben ein Dorf erkundet ausgeraubt und haben die Mädchen natürlich nein Scherz wir haben auch endlich ein die Gegend gefunden in dem wir leben können als wirklich Leben dazu habe ich noch auf ein paar ja auch Holz gesammelt aber wirklich gesammelt ich habe keine Eisenachs mehr haben ein bisschen Golderz gesammelt und bla und natürlich haben wir ich weiß nicht ob wir das aufgenommen haben äh ganz schön gefunden weil ich sagt ähm Spawno und ich weiß jetzt wo wir unser Häuser bauen werden also anfangen wir haben hier auch noch zwei Freunde ähm Tick und Trick und Trak also Trak ist tot ich habe einen perfekten Ort gefunden hier vorne ist ist irgendwas mit Berg da ist Wüste da ist Wald dahinter den Prozent der Wüste ist noch mal Wald hier ist dann ungefähr um Schnee oder hier und da ist noch schon in die Umgebung habe also alles fast so gut wie hier erkundet außer naja die weite Ferne natürlich dennoch ich will nicht mehr Schwab und ich will jetzt einfach nur bauen mit uns als mit euch natürlich wird wieder nur an sich ich habe jetzt auf Piefel gestellt erst mal weil es nachts ist und ich möchte so schnell wie möglich aufnehmen damit ihr nicht verpasst und ich natürlich auch kein Mutterswald kriegt und den muss man leider um so ja okay es gibt keinen Fede dennoch die Kläden wäre ich will leider ein bisschen weiter und werden jetzt hier erst mal verkraften werden ja nicht akut von Zombies zerrissen oder sonst irgendwie das war jetzt ein Fehler denn wir müssen jetzt irgendwas ablegen erst mal da oder will die oder wir sind so schlau werden uns hier eine Tore hinlegen hier mal so liegen und hier dann unser kräftigen Tablet bauen damit wir hier wirklich bald arbeiten können man arbeitet in der Arbeit oder an der Arbeit oder an Werkzeugen naja ich bin bei Co ich hatte aus dem Mache zum Beikoch glücklich zufrieden damit manche im Bar Werkzeuge bauen damit wir hier etwas was akut bauen können wir werden jetzt erst mal anfangen mit der Hütte ich wollte Christ genau die kleine Hütte bauen die wo ich jetzt hier in Einzelspielermodus Bastel weil ich die Hütte persönlich sehr cool finde hier zu Geroma gesammelt Samen haben wir geklaut Brot natürlich auch haben auch mit den Leuten gehandelt deswegen haben wir auch keines Markte mehr wir haben keine um leider Diamanten gefunden dennoch um bin ich trotzdem zufalls sichtlich dass wir einmal welche Fienten Prozent um ja mit einsammeln können einzacken und um um werden jetzt erst mal um alle Eichenhölzer um auch verbrauchen aber so gut fast denn wir brauchen wirklich verdammt viel Holz für was ja lasst euch einfach überraschend für die nächsten Part schon etwas länger dauern es soll ja auch was besonderes werden natürlich ne das ist ganz klar gut ich habe mir vorgestellt wir werden jetzt erst mal ein bisschen erde schaukeln müssen um irgendwie ein bisschen mehr Ebenheiten äh aufzugleichen damit wir hier auch ein bisschen mehr bauen und rasten können und bla 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 Flügel 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 nicht so ein Jahr Prozent da mal was hinbauen dann bis dort weg man damit ist schwebt und bla 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 Blablabla 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 Flügel zuzüge das so Joakim Flügel schon etwas viel Erde gesammelt aber es muss noch mehr wissen die Erde in Flügel und ich werde auch gleich die Heldkarte nach dem Ort Prozess schalten denn die sind keine Flügel 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 aber wirklich eine geile Gegend die Kinder mit dem Jahr dann hier mal und am Ende Krimi amal viele Möglichkeiten hier auf Prozent der ich habe ein bisschen die Sichtweite geändert als ein bisschen weiter nach vorne und raus da schwindet das Jahr geht gute Nacht die Tage oder kam von dir nein so und da strahlt die Sonne da strahlt die Sonne da strahlt die Sonne das kennen die noch um Tilly Tappi da das ist die Sonnenbaby wacht nun wieder auf die Japaner hier haben sich mal mitkommen hier haben hier wirklich eine verdammt geile Gegend Gegend natürlich vor allem Gegend so jetzt haben wir genügend Erde um hier ein bisschen ja zu schaufeln und natürlich ach man ey ich wollte mal reinspitzeln ob da nicht eventuell irgendwas ist aber scheint wohl nicht so zu sein so du 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 aber die Lecks dürfen eigentlich nicht so auftauchen denn wir haben hier eigentlich so gut wie keine Probleme bei der genügt Prozent vorhanden der arme Kärle oder Kärle immer noch hier abend wir sind ja ich habe ja nicht für Hunde und da sind alle über Kaktien und hast du nicht gesehen gestorben und eine habe ich aussehen mit zu beschützen das war jetzt nicht so richtig zu meinen Vorstellungen weil ich einfach nur mal testen wollte wie das so auch schon wenn man mal um die Arzt die Hand also wechselt richtig gut wenn nicht dann halt in die Kommentare wer hat sich gestern Abend um die Frau um 23 Uhr gesehen auf RTL 2 ich finde nicht cool dass die jetzt ihre die Frage ich muss mal neiglocken wäre cool weil die waren auch cool für ihre ersten Dinge die waren auch ein bisschen nervös die Musik natürlich 1a was will man denn sonst erwarten von denen Kumpel und ja ja harten hier ja 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 gut gut so auch die Verwürzelt werden da machen wir vielleicht mal leuchten oder so hin ich weiß nicht wird alles cool da machen wir mal eine Pyramide hier werden wir mal ein Hühnchen für Federn Federn brauche ich natürlich für Bogen denn ich bin richtiger defensiv spieler das heißt ich komme nicht so mit dem Schwert und sonst irgendwas und ich mache ich so wir haben keine Pfeile lohnt so da können wir nun anfangen mit dem Bau ich hab mich schon etwas überlegt dass wir das hier und so und passt auf es zeige ich euch mal wie ich das meinen aber erst mal hier ein paar Kürbis gerne machen für zwischendurch M.O Lander Fliepflieger und zwar ich habe mir gedacht wir machen hier erstmal mit 3er Reihe das heißt St ja ich muss hier schnell berechnen was haben wir für den Mund Oho richtig so sind 1 2 3 nach oben Aua doch nicht Aua mit 4 Meter Höhe dann müssen wir 1 2 3 danach konziert haben Prozent die zwei Türen 1 2 3 und hier dann mit das mag ich irgendwie nicht dass die das jetzt damit eingebaut haben erhältnissen das würde machen es war ein verkehlt 4 naja okay so war hier und 9 so so weg und da weg wie das Probe war was da damit und was du mal weg da hat Amerika nichts und wir sind zwar der eigentlich muss übrigens auf Prozent wie vorweg machen ne äh was wollte ich kann wo ist das egal gut apropos haben wir Sand hier irgendwie Sand nein kein Sand muss man dann Sand schaufeln da haben wir ja auch verdammt viel das wird ja auch eventuell reichen 1 2 dann beim dritten werden wir dann Scheiben machen 1 2 ok äh so und so ähm so machen wir mal so ihr wisst schon was ich also nein ihr wisst es nicht oh man ich habe schon ein paar Vorstellungen gemacht wie wir hier das Haus bauen werden ähm ja so geht es schon etwas beschissen aus ach so ja wir wollten die Axt mit rauszummen wir wollten die Axt rauszummen nicht meine bescheuerten Samen nicht die Samen in mir sondern die Samen hier drinnen also ich weiß nicht was die gleiche ist im Schmarrn-Reder aber der Nordr immer mit der Oben ähm das sind jetzt ein 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 guter Zahl für 7 4 6 5 3 Prozent 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 natürlich soll es gleich groß werden und das sollte nicht gehen Prozent also man muss schon etwas ab messen also Prozent für das schwer das alles so richtig zu kontrollieren nur ja okay bis man noch ein bisschen Länge ziehen Prozent 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 übrigens das mache ich jetzt mal auch einfach fertig dauert keine paar Minuten Übrigens hörte ihr ja jetzt die neue Playlist oder neue Soundtracks von mir für euch freut mich möglich ähm das sind jetzt ein 2 3 okay einer geht noch einer geht noch nein so und dann was nein weiter rechts ich bin nur Mann das war ein Pferd oder machen wir doch 1 2 da nach drinnen das heißt das ist hier dann Moment da müssen wir jetzt mal schon wie das ausschaut also hier mal weg machen hier weg machen und hier das dann hin machen dass wir dann 1 2 da nach hinten bauen da nach der Schotterpick kloppt wir versuchen es mal wir müssen ja noch vieles versuchen also so richtig in das perfekte Haus zu bauen ist nicht leicht ne ja okay der schaut eigentlich besser aus oder aber es ist ein bisschen warte mal wenn er dann da reingeht wo Jumbo nutzer motherfucker wenn er dann so reingeht dann ist es ja da ein bisschen enger da und hier weg machen es mal so richtig so an so wie hier machen wir es mal so und gehen dann wenn wir dann irgendwie da herkommen und dann irgendwie äh Dungeon raus und gehen dann da rein oder ein bisschen zu eng ne oder ich weiß es nicht wie groß ist das 1 2 3 4 5 ja okay die Breite ist 6 ich glaub das wird jetzt erstmal reichen also da sollte man sich wirklich nicht ins Hemd machen wegen sowas da wird das Haus auch nicht so richtig groß und quetschig ist äh so groß und halbmäßig und bla 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 zwar sollte das erste Haus schon was besonderes werden aber dennoch sind wir fest entschlossen dass wir auch das reicht oder bin ich zumindest fest entschlossen dass das reichen wird seid ihr eigentlich Fußballfans also so von Verein mäßig irgendwie oder spielt wer Fußball ich persönlich habe mal Fußball gespielt leider kann ich jetzt kein Fußball mehr spielen da ich da mir ein Bein fehlt nein man sollte sich auch nicht über so behinderte lustig machen wie so Volldeppen hier diejenigen werden immer behinderter das ist wirklich so also sagt man deine behinderung okay zu behinderter ja und dann zwei Jahre später hat dasselbe und weiß dann wie man sich dann fühlt und dann ist man ja halt auch den auf der Seite der anderen muss man das so sagen Aua okay oh mein Gott oh mein Gott es wird dunkel Brrrrr Schnell 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 eins zwei danach soo aber so schnell dass es wieder dunkel wird kann ich nie hier ja hier ah noch eins weiter fucking hier 2 3 4 4 6 7 9 10 11 so noch eins weiter damit hier auch wirklich alles stimmt und man auch abmessen kann hat mir einen Meter hier in der Hand Aua ich hab WOLI ich hab hier auch in der Nähe irgendwie verdammt großen Dungeon gefunden den werden wir natürlich auch mal zusammen erkunden wann da sein wird das ist steht halt noch hier in den Startlöchern und es wird dann wirklich dunkel fuck aber wie groß habe ich das gemacht äh nein nicht ruckeln bitte nicht ruckeln eins zwei drei vier fünf sechs auch sechs weg mich jetzt 1 2 3 was 1 2 3 4 5 6 doch recht klein aber wir bauen ja eine zweite Etage dazu ein das reimt sich du Schwein das auch oh mein Gott zu viel und es wird wirklich dunkel wir müssen uns wirklich beeilen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott das wird wirklich der aber er